Ey, der Typ ist unsterblich! Guck mal! Hä? Jo Leute, was geht? Was geht? Ich hab gerade schon mal eine Anmoderation für Du vs. Squat aufgenommen. Aber da hab ich gesehen, dass hier der 5050 Modus 2.0 da ist. Mit dabei ist heute Cengiz. Bruder, ist dein Fenster auf oder ist da eine Autobahn durch dein Haus? Ich weiß es nicht, Alter. Leute, wir spielen heute den neuen 5050 Modus 2.0. Ich hab keine Ahnung, was neu ist. Aber Cengiz und ich werden auf jeden Fall das Ding rocken und direkt im neuen Modus rassieren. Also Leute, auf geht's. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich nehme an, 48 kernbehinderte Mitspieler. Und 50 komplett geistig zerstörte Gegner. Und ich denke mal, Cengiz, dass wir auf jeden Fall jetzt carryen sollten. Ich meine, wir waren gerade in der Stimmung, Leute. Oh, try'n wir mal, ne? Wir waren gerade in der Stimmung für Du vs. Squat. Und ich hab schon erzählt, wie heftig wir das angehen wollen und so. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall winnen. By the way, die neue Spitzhacke finde ich richtig nice. Boah, wohin? Machen wir es heute? Ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt neu ist, Digga. 2.0 stand davor. Wird ja irgendwas geändert worden sein. Falls ihr das wisst, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich hab mich wieder super vorbereitet. Hier gehen gar nicht so viele hin, Digga. Okay, schon mal ganz nice. Hab eine AR und einen Schildtrank. Okay, ich hab auch einen. Hab auch eine Pump. Oh, das geht sogar, Digga. Ich kann Double Pumpen, ich hab einen Schildtrank. Ich hatte echt Glück, Digga. Ich hab nur eine SMG und eine Burst, das war's. Ich hab nur eine AR für dich bei mir im Haus. Aber alles ist eine graue. Boah, 50-50 mit Thanos, Digga. Was wär das, Cengiz, Alter? Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Das wär so gestört, Digga. Ich hab Medikett übrigens. Ah, stark. Okay, ich hab noch Verbände dabei. Dann sind wir auf jeden Fall schon auf der sicheren Seite. Wir daunen, es sei denn, wir kleben aneinander. Und das würde ich auch empfehlen. Wir müssen wirklich so nah, wie es nur geht, beieinander bleiben. Meinst du, wir finden hier noch Kristalle? Ah, doch. Guck mal, hier sind sogar noch Kristalle. Hier sind sogar noch Kristalle. Sind hier Leute eigentlich? Also in Dusty? Pff, ich glaub nicht. Vielleicht haben die noch nichts gelootet oder so. Da links ist noch was Blaues auf dem Dach. Oh ja, ist eine Pump, Digga. Nice. Oh, sehr nice. Ist eine Pistol, ist eine Pistol. Hab verarscht. Okay. Aber hier ist noch eine grüne Pistol. Brauchst du auch nicht, ne? Dann würde ich sagen, rasieren wir mal direkt nach hier oben, Leute. Ey, ich bin so krank. Ich träum schon von Fortnite-Murfs und sowas. Also von Patch-Notes und so. Träum mich schon. Was? 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 Okay, das ist neu, Digga. Das ist anders. Das ist anders. Ich hab geträumt, dass die Impulsgranate, damit du selber nicht mehr so fliegen kannst, dass die dir selber 20 Schaden macht. Was? Damit du nicht mehr dieses nach vorne boosten machen kannst, weißt du? Unter uns, unter uns. Ja, ich seh's. Nice, genug. Guck mal, wie sich alle draufstürzen, Alter. Ja, jeder will Kills haben. Vorsichtig, von hinten kommen links die Raketen von Kollegen. Okay, rechts jump-patten sich, wait, Gengiz. Komm mal mit hier rüber. Oh mein Gott, hier vorne sind überall Spieler. Es sind überall Spieler bei mir. Komm, ich komm, ich komm. Oh Gott, ich bin direkt down. Ich bin direkt down. Trottel. Ich seh ihn, ich seh ihn. Sein Maid pusht. Hat einen Headshot. Sein Maid pusht vor uns, vorsichtig. Raketenwerfer. Boah, müssen echt aufpassen. Hat zwei Hits. Wir müssen eigentlich runterpushen, oder? Er ist unten drinne. Er ist unten drinne, Gengiz. Schieß mal auf, schieß auf, schieß auf, schieß auf. Hast du ihn? Hab ihn, hab ihn. Okay, nice, sehr gut. Ich glaube, hier ist jemand drin. Warte, ich zieh mir kurz Schildtränke. Oh mein Gott. Granate, Granate, Granate. Ich bin direkt down. Ich bin direkt down. Ich hab ein Medikett. Nein, 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 nein. Okay, geil, 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 geil. Nichts machen. Oh mein Gott, bitte nicht nach einem Schuss. Okay, nice. Ich hab mal Schildi für dich. Komm her. Ja, nice. Direkt neben uns, direkt neben uns. Okay, ich muss erstmal wieder ins Game reinkommen, Leute. Ihr merkt das vielleicht gerade. Nein. Ich hab auch ein Schild. Jetzt fällt mein Red Bullis umgefallen. Was ist denn hier los, Alter? Okay, Cengiz. Hinter uns, hinter uns. Hast du den Schildtränke genommen, den ich dir hingelegt habe? Hey, bei mir ist eine Leiche, die lässt sich töten. Lol, was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, what the fuck? Wo bist du? Hier unten ist eine Leiche bei mir, die lässt sich nicht töten. Was? Hä? Komm mal her, komm mal her. Warte, ich komme. Siehst du das auch, Digga? Lol. Ey, der Typ ist unsterblich. Guck mal. Lol, hey. Hä? Hey, WTF. Das ist aber ein Gegner, oder? Ja. Jemand kommt, er pusht. Hier ist jemand. Sehr nice. Oh, Vorsicht, Sniper. Hab mitbekommen. Okay, Digga, komm. Oh, die Zone, oh mein Gott. Alter, ist sie schmerzhaft, oder? Okay, es geht, es geht, es geht. Die Zone geht. Ey, ich bin mad verwirrt, Alter. Dieser Spielmodus macht mich jedes Mal fertig. Wo bist du? Direkt bei den Gegnern. Okay, ich hab einen Nade Launcher. Ich hebe mal wen auf. Hab einen genockt. Der ist tot hier, der Typ. Okay. Ach, der hier vorne? Ja. Noch einen. Komm mit hier rüber, komm mit hier rüber. Okay. Hier war noch irgendwo einer. Hier ist Jumphead. Ah, Digga, irgendwer hat mir wieder reingestillt, natürlich, Alter. Nice, sehr gut. Das ist dieser Typ, der da so rumlag, Alter. Den man nicht töten konnte. Oh mein Gott. John, wake bei mir. Ja, ich seh. Fint, Horns. Ich werde, ich werde gefinished, ich werde gefinished, ich werde gefinished, Cengiz. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein! Oh, egal, egal, egal. Komm, hol das Ding. Komm, hol das Ding. Komm, hol das Ding. Ey, Leute, dieser unsterbliche Typ, Digga. Was war das? Digga, hast du das jemals in einer Runde Fortnite gesehen? Nein, noch nie. Noch nie im Leben, Digga. Ey, der Typ war einfach mad und unsterblich, Mann. Das hat mich so rausgebracht, ich war so verwirrt. Ja, Mann, gib ihm böse, Digga. Gib ihm böse, Rasiermaschine, los. Ah, da ist er. Da ist einer. Der wird einfach fertig gemacht, Digga. Okay, der ist schon mal down. Ein Spieler noch. Ey, jetzt müsst ihr diesen einen Typen suchen. Das finde ich so dumm bei diesem Spielmodus. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass er gest... Junge, ist das der Typ? Lol. Marin, 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 komm schon, Maschine. Ja, Mann, Digga. Neun Kills, Alter. Bruder, muss los. Stabiliges Spiel von unserem Boy. Ich würde sagen, Leute, jetzt spiele ich meine Runde mit vernünftig, denn das war gerade wirklich... Mir ist gerade alles passiert, Alter, was hätte schief gehen können. Mein Red Bull fällt um. Mein, mein, meine... Fahne liegt mittendrin, Digga. Das klebt hier alles voll. Mein Handy läuft voller Red Bull. Ey, so stressig, Digga. Wollen wir hier hingehen? Guck mal, siehst du das? Kennst du das? Diese Villa, ja. Geheim, geheimnis. Keinem erzählen, okay? Ist noch top secret, Bro. Okay. Darf man einfach nicht sehen, darf man nicht sehen. War hier noch nie. Gibt es hier Loot für mehrere, oder? Ich habe schon mal eine Shotgun, ich habe schon mal eine Shotgun. Ich habe sie. Eine AR. Hast du eine AR? Ja, eine grüne. Stark. Ich glaube, hier ist eine Kiste oben drin. Nein, ist nicht. Shit. Egal, ich mache Risky, Digga, ich mache Risky. Hauptsache, ich kriege diese Scheiße Waffen. Da war schon eine, Alter. Ich kotze. Gar nichts. Ich kotze, Alter. Ich habe nur eine Shotgun. Was hast du? Nur eine AR und eine Pistole. Ja, GG, Digga, GG. Ich habe noch eine grüne AR. Kann es haben. Ich renne direkt hier vorne weiter zu Lonely Lodge irgendwo und gucke mich da nochmal um. Hier liegt doch sonst nichts mehr, oder? Ne. Ah, shit, Mann. Naja, Leute, so ist das halt, ne? Die größten Gegner sind immer die Teammitglieder, die eigenen. Aber das passt, das passt, das passt. Wir können auf jeden Fall trotzdem einen Easy damit einen Win holen. Haben schon. Auf, 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 auf. Der Trick ist halt immer so schnell wie möglich, sich zu verziehen. Um dann irgendwie noch zu hoffen, ein paar Waffen zu bekommen. Vielleicht habe ich auch hier zum Beispiel mit Glück. Naja, Pistole nehme ich mit. Ist besser als gar nichts, Alter. Granaten hier vorne noch, die nehme ich auch mit. Ah, was muss, das muss. Du hast auch keine Tränke oder sowas, ne? Ja, da nicht. Shit, Digga. Oh, ich habe noch eine Shotgun für dich, Cengiz. Die haben sie einfach übersehen. Grüne AR geben. Kann dir eine grüne Shotgun geben dafür. Oh, hier, das Haus haben sie auch übersehen. Sehr schön, Leute. Es gibt so ein paar Spots, da rennt man einfach nicht hin. Unter anderem auch hier und hier ist sogar eine Kiste drin. Na, gib her den Shit, Alter. Okay, ich habe einen Schilddrang schon mal. Ich glaube, ich höre noch eine Kiste. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ist hier noch was drin? Na, okay. Ich hoffe, ich habe noch mal eine, noch mal eine. So, bitte. Ja, ne. Oh, ich habe noch ein Schilddrang für dich, komm her. Ja. Hier liegt die... Komm her, Shotgun. Nehmen wir die Disco-Bomb wieder. So. Ja, easy. Komm mal, geht doch, Alter, vom Loot her, oder? Also, es könnte krasser sein, weil wir halt keine Sniper und so haben. Aber ganz ehrlich, wir können halt jetzt direkt in die Zone und rein. Das ist echt aber direkt rein. Ja, wir müssen Kills machen, wir müssen Kills machen. Cengiz, kann es sein, dass du im High-Crime-Center von ganz Köln wohnst? Bei dir gibt es einfach immer Sirene. Okay, wie viel AR-Schuss hast du? 138 brauchst du? Ich habe 30. Okay, hier. Ich habe 30. Ah, nice, sehr schön. Ja, gut, okay. Da, links Loot. Oh mein Gott. Was ist das alles? Jumphead. Ja, doch, eins davon brauche ich. Und Schildies, nice. Schildies nehme ich mit. Kannst du mir einen davon geben? Ich habe nur... Es ist eh nur einer, nimm den. Na, komm, ich nehme auf jeden Fall die Granaten, Alter, wenn das so viele Granaten sind. Zehn Granaten jetzt hier am Start, Digga. Muss man mal gemacht haben. Okay, jetzt in die Zone rein und dann Frag-Zone, Digga. Auf geht's. Wir geiern, wir geiern, wir geiern. Zehn Granaten, Alter. Ich will gleich richtig granadieren, Digga. Ich möchte alles voller Granaten werfen. Ihr nehmt hier nichts. Soll ich nehmen? Ja, nimm. Okay, der Typ, Alter. Der Typ hat sich die Chance seines Lebens entgehen lassen mit diesem Schildtrank. Auch wenn er schon volles Schild hatte. Ist so wichtig, in dem Spielmodus irgendwas zu haben, so wie Verbände und sowas zu haben. Hier ist noch ein Schildtrank. Nice. Nehm dir, nehm dir. Ah, okay, jetzt looten wir uns doch langsam hoch. Das ist das Schöne halt, Leute, mit der höheren Lootrate. Da findet man überall etwas. Rechts auf der Seite ist noch einer, aber den lassen wir jetzt mal getrost aus den Augen. Wir sind ja schon fast in der Zone und dann können wir eigentlich quasi direkt schon anfangen. Auf geht's, Mann. Komm, lass mal hier rechts nach Tomato Town rein. Beide Tomaten nach oben. Komm mal her. Okay. Er hat Headshot von mir. Hab einen genockt in der Luft. LOL! Ich hab den in der Luft genockt, Digga! Nice, der ist down. Der arme Typ, Alter, wurde in der Luft von mir mit einem Headshot genockt. Auch noch nicht gehabt. Ist ja schon alles weg hier. So gut wie hier. Okay, wo haben wir noch Gegner? Gegenüber, gegenüber bei diesem Turm. Hinten raus. Hinten, hinter uns oder wie? Nee, die sind hinten raus. Mann, wer kennt dich, Alter? Wenn die Sniper-Bullets mal wieder durchfliegen. Sieht bei dir materialmäßig aus? Okay, Jengis, du bist krank. Weit weg von mir. Hab einen. Spring nochmal los. Wieso findet man denn hier nie Gegner, Alter? Komm, Jengis. Ich hab hier vorne noch, warte. Ich hab keinen Jump Pad, natürlich. Komm mal. Vor uns sind halt mehr viele Gegner. Was macht er hier? Er baut moderne Kunst hier, schau mal. Der Typ hier links von uns. Was macht der, Alter? Was ist das denn? Hier oben sind ganz viele Gegner. Komm, Jengis, wir attacken. Ich hab Jump Pad. Ich bin schon unterwegs. Ich hab keinerlei Baumaterialien mehr, Dough. Oh mein Gott. Boah, ich bin halbtot, wirklich. Same. Oh mein Gott. Ich muss mich kurz heilen. Komm schnell rein. Ich hab... Lagerfeuer? Ja, ja. Warte. Läuft gerade. Mach zu. Alter Schwede, okay, okay, okay. Okay, ich glaub über uns ist einer. Wie sollen wir denn hier mehr Kills bekommen als ein oder zwei, Alter? Das ist ja unmöglich, Leute. Egal, wie aggressiv man spielt. Wo sind die? Einer direkt vor mir. Den Towns, den Towns. Ab ihn. Weg mit dem, Alter. Jump Pad. Nice. Oh. Willst du los? Egal, das kommt. Lass gucken. Sind die Leute, Alter? Yeah. Hey, drei Leute noch am Leben. Ich hab keine Ahnung, wie man hier mehr Kills als zwei oder drei machen soll. Wird hier alles direkt weggegeiert. Ist ja egal, wie aggressiv man spielt. Ich hab hier ist einer. Einen Spieler jetzt noch auf dieser großen Zone. Er ist vor mir. Nein. Last kill, Bros. Drei Kills. Ich hab das Gefühl, Leute, als wär's echt nicht anders möglich. Also, ganz ehrlich, hast du schon mal eine Runde gehabt, wo du krank viele Kills hattest, Digga? Ja, die allererste. Die sind neun Kills. Ja, okay. Das zählt nicht, Leute. Ich hab keine Ahnung. Wir wollten euch einfach nur ganz los den neuen Modus präsentiert haben. So neu ist er auch nicht. Aber dieser Bug war auf jeden Fall echt weird. Schaut auf jeden Fall bei Cengiz vorbei. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau.